Herzlich Willkommen zurück zu DuckTales. Ja, es geht weiter. Wir haben mittlerweile drei Level geschafft. Transsilvanien, die afrikanischen Minen und den Amazonas. Ja, es geht voran und nach meinen Anfangserfahrungen vom Himalaya... ... bin ich jetzt mal dafür, einfach den Mond zu machen. In Himalaya mache ich zum Schluss. Ja, legen wir einfach mal los. Es ist ein langer Weg zum Himmel, Leute. Aber die größe Longevity wird den Weg machen. Hopp, hopp und weg! Hahaha! Ah ja, der grüne Käse Longevity. Interessant, okay. Das sind so die Ideen direkt aus Absurdistan. Aber gut. Schau. Ein Zeichentrick. Oh Gott, Herr McDuck! Ich habe noch nie zu dem Mond gewesen. Oh Gott, Herr McDuck. Es ist meine lateste Invention, Oxygen-flavoured Taffy. Fünf gute Chews, und du kannst auf der Lunar-Surface ohne eine Spacesuit. Oh, und es schmeckt gut, auch. Das Gyro ist eine Sache von Opinion. Jetzt, welche Weg zum Green Cheese? Was bedeutet das? Es ist nicht alles rund uns? Ja? Wie geht es dir? Jeder weiß, dass die ganze Moon ist mit Green Cheese. Das ist was meine Lieblings-Mamma sagte. Und du kannst dich als du, wie du, glaubst sie. Schau, manchmal weiß ich was, was ich... Warte, was ist das? Schau, hier ist jemand, der uns die direktionen kann. Hallo? Herr McDuck! Hilfe! Oh nein, wir müssen ihn retten. Wirklich? Wir tun, wenn du das Schild von deinem Schild hast, Herr McDuck. Fenton hatte den Gizmoduck-Suit. Das ist die einzige Sache, die wir so stark genug haben, um in die Moonvault zu brechen. Okay, gut. Steh hier und gucke die Suppe, während ich den bumblingen Bootkeeper schaue. Bisschen an Metroid Prime. Ich weiß auch nicht warum, aber... Oh, da ist mir die ganzen Robo-Ducks hier kaputt. Oh, kriegen sie aber direkt das Herz wieder. Das ist schön, das ist schön. Wie schön ist das? Das sehe ich auch so. Und es landet gerade. Ja, die Einladung nehmen wir doch mal an. Ah, okay. Wir müssen so drei Teile sammeln. Und ja, Fenton befreien wahrscheinlich. So. Oh. Das war nicht so clever. Okay. Gucken wir noch, was auf der anderen Seite so ist. Immer schön erkunden. Ah. Mensch. Okay, auch wieder nur Kisten. Also, was heißt nur Kisten, aber... Jede Steine nimmt man natürlich immer gerne mit. Oh. Das war jetzt auch aus der Abteilung nicht so clever. Zack. Und, wow. Wir gehen einfach mal weiter hoch. Und hier scheint das erste Teil zu sein. Ja. Ah, das ist, glaub ich, dieser... Ja, genau. Der Gizmodus-Duck-Anzug. Ich hatte nur eine Art, diese Tür zu öffnen. Okay, wir müssen also an dieser Barriere hier vorbei. Mal gucken. Wir gehen einfach mal weiter nach oben. Sind ja auch noch andere Teile da oben halt. Und, äh... So. Schauen wir mal. Okay. Ratzen in... Ah, und da ist auch Fenton. Ah, ja, das war gut. Ah, ja, das war gut. Fenton! Fenton, du bist ein Geniös! Gee, Mr. McDuck! Du meinst das? Oh. Oops. Fenton, du bist ein Geniös! Fenton, du bist ein Geniös! Fenton, du bist ein Geniös! Du hast die Geniös-Kontrollen verloren! Nicht zu bemerken! Ich habe es in einem Giffey! Ich habe ein Level-3-Zertifikat von Technologie! Von Happy Ducky University, du kennst! Oh, nein, du nicht! Du hast wahrscheinlich den Selbst-Destrukt-Button auch vermisst. Ich werde uns davon rauskommen! Ja... Äh... Okay. Auch lustig, wie die Ratten rumfliegen. Und, äh, der Fenton und überhaupt. Okay. Wir haben wieder eine Sperrkraft. All systems normal. Nice work, Mr. McDuck! Now! Let's go get my Gizmoduck-Suit! Not so fast, Dunderhead. You go wait with Gyro. I'll find the Gizmoduck-Suit myself. Okay. Dann suchen wir jetzt den Gizmoduck-Suit und können da unten das erste Teil holen. Ich glaube, ich gehe mal besser erstmal nach oben. Ich denke mal, dass man... ja eh noch wieder dann zurück kann. Ja, natürlich kann man da noch zurück. Wäre ja auch schwachsinnig mir nicht. So. Okay, einmal... die Kiste noch geholt. Ah, schön. Ja... Okay. Ah, da hätte ich vielleicht springen sollen. Okay. Ach, die scheinen dann gar nicht so... so verfolgen, die Viecher. Okay. Wir sehen noch was. Nö. Dann gehen wir weiter hoch. Mal kurz auf die Karte. Okay. Wir gehen dann noch weiter oben. Interessant. Okay. Zack. Ah, boah. Die sehen ja komisch aus wie Viecher, ey. So. Klappen wir mal hier hoch. Dann holen wir hier das Vieh weg. Wir sehen uns nicht. Ah, schön. Wieder volle Energie. Das ist gut. Kein Leben verloren. Boah, ich bin stolz auf mich. Ah, und da ist auch ein Teil. Das ist sehr gut. Es sieht aus, dass ich Gizmoducks armoured suit gefunden habe. Es ist eine gute Sache, dass Jairo dieses Hyperspace-Poket umgebracht hat, damit ich alles umgebracht habe. Jetzt, nur zwei mehr Teile zu finden, und wir können in diesem Mondboot in den Mondbooten. Gucken wir mal, ob hier oben noch irgendeine Kiste oder sowas ist. Nö, scheint nicht der Fall. Aber hier sind noch Edelsteine. Nehmen wir immer gerne mit. Boah, gehen wir mal wieder nach unten. The Fast Way. Ah, sehr gut. Und ja, dann jetzt einmal auf die andere Seite, denke ich. Und dann da hoch. Wenn man da hoch kann. Vielleicht kann man da ja auch nicht hoch. Man weiß es nicht. Okay. Komm her. Ach ja. Ich mache rasch alle Platz. Ist auch keine Kiste. Ah. Aber so ein schöner Rubin. Ah, okay. Das ist gut. Dann nähern wir uns dem Teil vom Gizmoduck-Suit. Gucken, ob hier noch was ist. Oh ja. Lebensenergie. Gucken. Vielleicht gibt es ja auch einen Herzcontainer. Aber ich gehe mal fast davon aus, ich würde mal sagen, es gibt in jedem Level einen. Ja. Frau Spiegel. Was machst du hier? Ich dachte, du könntest hausten, Herr McDuck. Also habe ich dir ein bisschen gebraucht. Ja, geil. Danke schön, dear. Geh auf, Herr McDuck. Keine Chance, mich über mich. Alles klar. Wie auch immer dir auf den Mond kommt, ohne da in diesem Raumschiff gesessen zu haben, anscheinend. Ich meine, bei den anderen Orten ist das ja noch irgendwie so erklärbar. Aber gut. Hier nach Logik zu suchen ist, glaube ich, ein bisschen fehl am Platz. Oh, boah. Hier noch. Oh ja. Gibt man auch gerne mit. Ja. Okay. Wir sind wieder in Outer Space. So wie es aussieht. Okay. Aua. Na gut. Aber wir haben das Ding. Gizmo Ducks Wheel. Ich habe immer gefragt, was Gyro war, als er dieses Ding besitzt. Wer kämpft mit einem Unicycle? Hm. Jetzt habe ich nur noch einen Weg gefunden, und ich kann von dieser Fliegemonstrosität wegkommen. Gut. Noch den letzten Teil des Anzugs. Und dann können wir das Raumschiff auch verlassen. Wohl, das hat ja gut geklappt. Und, äh, lass uns einmal durchfallen. Und hier das Gleiche. Okay. Ja, Batter Up. Okay, und dann noch weiter runter. Und da müsste dann... Jetzt noch eins runter und dann müsste da das letzte Teil sein, was... durch diese Sicherheitsbarriere verschlossen war. Ja, genau. Sehr schön. Na, dann haben wir alle Teile. Es ist Morducks Helmet! Oh, wenn ich nicht besser wusste, hätte ich glaube, dass Fenton tatsächlich besser wird, wenn er dieses Ding besitzt. Oh, vielleicht bin ich ein bisschen zu hart auf der Lade. Jetzt, dass ich alle drei Teile habe, kann ich zurück zu Fenton und Gyro gehen. Ich hoffe, es ist nicht zu früh. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt... zur Mondrakete zurück. So wie es aussieht. Da gehen wir dann auch mal straight hin. Ähm... Ja. Boah. Puh! Die holen einen ja ein. Aber dann landen die zum Glück irgendwann doch noch. Das ist gut. So, komm. Ein. Zack. So. Okay. Okay. Wir sind in Glück. Ich habe versucht, alles von Gizmoduck zu finden. Oh, Mann. Jetzt können wir in der Treasur-Bolt. Ein Moment, Fenton. Gyro, ich... Ich denke, ich habe meine Lieblende 2 Dollar in der Rückseite verlassen. Würdest du es für mich? Natürlich. Mr. McDuck. Ach. 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 Wollt ihr einfach mal mit dem? Sag dein secret Code-Word, und aktiviere das confounded Kontraption. Code-Word? Gee, ich kann nicht erinnern! Das alte Blather-In-Blatherskite? Ich bin nicht sinnvoll! Ich meine, ich bin nicht sinnvoll! Ich bin nicht sinnvoll! Ich bin nicht sinnvoll! Ich bin nicht sinnvoll! Ja, Gizmoduck! Mr. McDuck? Fenton? Gizmoduck? Huh? Sie sind weg! Und all I could find was this 2-Million-Dollar-Bill! Oh well, back under the seat it goes! Ah, okay, das... Er beschießt die also um Traketen! Oh, nicht schlecht! Oh! Okay, wow! Er räumt auf jeden Fall jeden auf die Gegner aus dem Weg! Das ist auf jeden Fall sehr nützlich! Das finde ich cool! Ach, scheiße! Hoffentlich kriegt er gleich nochmal so Lebensenergie! Ah, wir sind da! Ach, scheiße! This is the place! Gyros' calculation said that green cheese of longevity lies just beyond this door! Step aside, citizen! Whilst I blast the door asunder! Ha ha ha! The underhose! Ha ha ha... Ha ha! How was that Mr. Mc... I mean, all the paths is clear, good sir! Good work, Gizmoduck. No? Ah... Ah... Mcmoney's sake? Ah, Flinthart Blumgold. Was machst du hier, du pernicious Pilscher? Wie, gleich wie du, Scroogey. Trying to corner ein neues Segment des Dairy Markets. Wie, du... Wie hast du herausgefunden, über den Green Cheese? Wouldn't du gerne wissen? Aber danke für mich, der Probleme zu schrauben, durch die Tür auf meine eigene Seite. Ich werde es auf, Herr McDuck. Halt, Evel-Doer! Nein, Gizmoduck. Ich brauche, du, um mich zu helfen, mit den... Äh, Beagle-Boys. Okay, das heißt, für uns geht es wohl noch unten. Ja, da ist nämlich auch der Boss, okay. Gut. Gucken wir mal. Ganz viele Panzerknacker, denen wir auf den Kopf springen können. Das ist schön. Das macht Spaß. Ach, nein, das habe ich die Kugel kaputt gemacht. Äh, äh. So, ich hoffe, ich kriege ja auch irgendwie sowas wie Lebensenergie. Das wäre richtig cool. Die fehlt mir ein bisschen. Okay. Okay, wir sind nicht mal weit vom Boss weg. Oh. Dann mal hin, das. Und einen kleinen Edelstein. Und noch einen kleinen Edelstein. Und noch einen. Das ist im ersten Mal gekommen, wenn man da schon weg ist. Okay, hier ist auch mal Ruhe. Moment, kommst du da hoch? Ja. Hey, cool. Gucken wir mal. Ah, nice. Neuer Herzcontainer. Jetzt schon immerhin fünf, ne, sechs. Sechs. Sechs Herzen. Vielleicht überstehe ich mit der Anzahl an Herzen auch den Himalaya. Das war ja am Anfang eine Katastrophe. Aber gut. Gucken wir mal, was es ist. Oh, ja. So, dann springen wir mal runter. Oh. Okay, hier wäre jetzt auch was zu essen gewesen. Tür auch. Aber gut, wenn man Herzcontainer einsammelt, dann kriegt man ja die Lebensenergie da komplett aufgefüllt. Ah, der Käse. Ah, der Käse. Murth and be merry. I made it here first. No, not the cheese. Anything but that. Oh. Okay. Rats from outer space. I thought that stuff was supposed to be an anti-aging culture, not an instant-growth fungus. Okay. Oh, ah. Oh. Nein. Oh. Wow. Hilfe. Okay. Nein. Ah, scheiße. Ich bin gesprungen. Okay. Ich schaue ihn vorunferkurz. Oh. Ich muss das vier jetzt nicht so oft noch treffen. Ah, scheiße. Okay. Newtonium red from outer space. Okay. Hilfe. Okay, währenddessen kann man die wohl nicht treffen. Nein. Ah, scheiße. Okay. Okay. Egal. Wir haben ja noch zwei Versuche. Okay. Getroffen habe ich sie, aber bin auch selber getroffen worden. Das ist natürlich nicht so gut. Okay. Jetzt wird sie wieder grün. Huh. Schnellste Ratte vom Mond. Oh, zack. Und noch einen. Also drei Treffer, dann wird die immer so grün. Komm. Jawohl. Nein. Nein. Ah, scheiße. Okay. Einmal haben wir sie schon. Zweimal. Und noch mal drei. Puh. Nein. Ah. Ah. Puh. Phonoma eins. Okay. Habe ich sie besiegt? Ja, sieht so aus, mal gucken Was ist eigentlich mit Gigant Moon Rat oder kein Gigant Moon Rat, nichts wird von diesem grünen Cheese und all das Grün, das wird mir machen Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt nicht, ich kenne das Original auch leider nicht Ich kann mir aber vorstellen, dass es da vielleicht noch ein Finale gibt, nachdem man alle Level beendet hat Aber das weiß ich nicht Hurra, 4,4 Millionen Dollar gab es für das Level Eww, was ist das Schmarrn, Uncle Scrooge? Es ist die Grün-Cheese-Longevity-Lads Ein Flake von diesem Schmarrn-Cheese kann eine ganze Menge von Ante-Ageing-Supplements Gross ist richtig Ach, nein, das Schmarrn könnte die Pettel aus einer Petunia Aber es ist nichts, was man nicht verwendet hat, wenn es Geld zu machen Speak für dich, Uncle Scrooge Ja, wir müssen hier rausgehen Eine große Idee, boys Welche treasure werden wir nachher? Okay, when no duck has gone before Schönes Achievement Ja, okay, dann muss ich sagen, ich beende den Part hier an dieser Stelle Bedanke mich fürs Zuschauen und wie immer, lasst gerne Feedback da Kommentare, Likes, Abos Ich freu mich über alles Und ja, sag bis zum nächsten Mal bei DuckTales Tschüss